Müssen Sie Herbstblätter aufräumen oder ist es besser, sie liegen zu lassen? Blätter, die auf den Gehwegen liegen, sollten am besten entfernt werden. Sie können nämlich Flecken verursachen, wenn sie nass werden. Blätter, die an anderen Stellen im Garten liegen, wie auf dem Rasen oder den Pflanzen, dürfen liegen bleiben. Sie sorgen für einen guten und gesunden Boden. Sie können die Blätter als grünem Kompost für den Boden betrachten. Stellen Sie jedoch sicher, dass sich nicht zu viele Blätter übereinander stapeln. Dies kann zur Erstickung führen. Durch die Menge an Blättern kann keine Luft mehr an den Boden gelangen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017